Hallo Piraten, 2017 wollen wir einen richtig geilen Wahlkampf machen. Leider ist unser Sack leer. Momentan haben wir nur das. Die anderen leisten sich jedoch das und das. Deswegen brauchen wir dein Geld für einen richtig geilen Wahlkampf. Alle Spenden bis zum Ende des Jahres können schon im nächsten Jahr abgesetzt werden. Und das Beste ist, für jeden Euro den ihr spendet, gibt der Staat noch mal einen Euro dazu. Damit wir uns für den Wahlkampf das hier leisten können. Dann ist es auch so wichtig. Zeit, bis heute Abend. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.